so werden wir noch ein bisschen jetzt hängt man auf eine Gucke an hier was soll das so jetzt werden wir das so ein bisschen weiterführen hier aber es scheint nein das wollte ich jetzt nicht so machen ich wollte das so hier also wir müssen das Becken wirklich mehrmals füllen hier so wie ich das sehe das ist doch voll ärgerlich hier Leute es ist doch jetzt habe ich es hingekriegt wie gesagt ich bin ja auch kein übelster minecraftexperte hier jetzt so die grundlagen kenne ich schon hierfür aber jetzt nie so perfekt jetzt alles mögliche so jetzt mache ich immer den hier da kann sie es erstmal schön aufteilen hier aber irgendwie reicht das ja erstmal schon ne damit wir erstmal das Feld hier anbauen können aber wenn da wollen wir das schon mal ein bisschen perfekt haben die schwierige Sache mit dem Feld und es gefriert schon wieder ich mag das überhaupt nicht jetzt hier mal seht ihr ja hier wie das hier wieder naja hätte man besser machen können sage ich jetzt mal nicht schön aber modern jetzt müssen wir ständig hin und herren mit dem wasser hier damit wir uns hier das ganze hier füllen können vielleicht hätte man das auch ein bisschen kleiner machen können ehrlich gesagt vielleicht mache ich dann nee das nee das kann ich dooflich nicht machen nee das man könnte es machen ja aber eine schwierige angelegenheit jetzt aber guck dir mal wie geht denn das überhaupt hier man kann das gar nicht richtig na gut so geht es auch indem man das so ein bisschen mehr anpasst so in dem sinne aber da ist ein hin und her jetzt hier aber es geht jetzt nie anders aber aber es geht trotzdem irgendwie wie ich ja gerade sehe gut ich habe jetzt eine ausweichmöglichkeit gefunden weil damit wir hier nicht ständig hin und her rennen müssen okay das ist ja schon mal was gutes das lasse ich jetzt so das ist mir jetzt egal so jetzt gehe ich mal schon hier runter soll ich mir mal schnell hier das wasser holen wir brauchen es ja so und so so jetzt geht es ja nach oben und jetzt wird die andere seite gemacht und jetzt fängt es auch damit an dass wir hier kaum was sehen jetzt hier das ist natürlich auch wieder doof ausgleich mal jetzt so hier nein so langsam das geht mal jetzt viel zu schnell hier ja das wird jetzt sehr langweilige folgen werden ich weiß ich weiß wie gesagt wir müssen das ist wirklich so anpassen hier dass wir na gut das kommt ja gerade recht das ist doch gerade hin gefriert wir müssen das ist wirklich so anpassen jetzt hier dass es jetzt ein bisschen gerade verläuft gut ich würde mich womöglich ein bisschen beschissen anstellen jetzt hier das ist klar aber nimmts bitte nicht so zu herzen ich brauche wirklich keine hater hier oder sowas überhaupt nicht wie gesagt ich bin kein profi spieler aber naja man macht es halt irgendwie wie es vielleicht irgendwie geht oder passt vielleicht könnte es andere noch schlechter man weiß es doch nicht so es mögen andere besser machen andere schlechter machen aber es ist jedenfalls kein grund jemanden dafür oder damit runter zu machen das mag ich überhaupt nicht gut ist wieder gefriert hier das wird sowieso alles gefrieren in der hoffnung dass das alles trotzdem irgendwie wächst so aber guck dir mal so viel haben wir doch jetzt schon gar nicht mehr so machen das immer so und hier auch einmal guck mal so lange ist es doch auch länger nicht hier also wir sind ja wirklich gleich fertig hier wie gesagt das hat oder es wird auch in anspruch nehmen hier aber es wird schon passen nimmts einfach mal als entspannende phase irgendwie ein bisschen und dann ist alles gut guck dir mal jetzt haben wir hier wirklich noch eine reihe und dann haben wir diese arbeit hier endlich geschafft so viel ist es jetzt wirklich nicht mehr so das geht uns hier natürlich das wasser aus das natürlich doof so ich sag mal jetzt anders machen können aber ich habe es jetzt halt eben so gemacht ich rede mir schon über den mund ja frischlich furchtbar so und dann geht es natürlich an die hake und werden uns dann das fällt ja dann schon mal ein bisschen bestücken ich möchte ein bisschen zeit ein bisschen auge behalten weil sonst zwar pass ist nämlich wieder der frisch wieder ein ich hoffe dass es wirklich nicht ausmacht na gut das zuckerrohr das wächst ja auch da wo es dann schon friert so das hätten wir endlich leute endlich so und jetzt müssen wir zu sehen dass wir das fällt jetzt bisschen bearbeiten hier mit der hake wo habe ich die hake hingeschmissen hier oben ist sie und jetzt geht es natürlich an die feldbearbeitung machen wir hier auch 3 3 natürlich müssen wir den schnee mit weg machen das ist klar anders er gilt es jetzt nicht ich hoffe das funktioniert nicht so wie ich mir das jetzt denke hier ich will wirklich hoffen wenn es nicht funktioniert haben wir halt scheiße gebaut was läuft dann können wir es hier anders machen aber irgendwo muss ja ein anfang sein aber wie ich sehe scheint es zu funktionieren das ist doch schon mal was aber bevor ich jetzt hier weitermache muss ich mir irgendwo ein paar kleine Fackeln hinsetzen ich glaube ich mache mal hier welche hin schon aus dem grund weil man hier sehr wenig sieht aber die Fackel die kann natürlich hier bleiben mal gucken wenn ich das gleich in die richtige Höhe setze hier hin glaube ich genau dann könnte ich hier über der Tür dann auch noch eine Fackel hin ist es in der richtigen Höhe ja gut damit es ein bisschen bisschen so aussieht als ob das halt nicht so passen würde so wir müssen uns jetzt eine neue hake anfertigen oh mein gott eh es wird schon wieder ein bisschen umständlich werden aber es lohnt sich ich sag's euch es lohnt sich wirklich bei mir geht es schon wieder aber es soll ja nicht das Problem sein so könnte ich mir jetzt hier genau mache ich mir noch ein paar kleine Haken hier und dann passt die Sache doch schon hier so wartet mal ganz kurz die Folge ist wieder vorbei bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal